Guten Tag meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zu Android Weekly News. Hier nun die Nachrichten der vergangenen 36. Kalenderwoche. Apple hat eine, Huawei hat eine und nun hat LG auch eine goldene Smartwatch. Während die Apple Watch aus 18-karätigem Gold 18.000 Euro kostet, ist es bei den Südkoreanern und der LG Watch Urban Lux für 1.195 US-Dollar etwas günstiger. Dafür bekommt der Kunde eine in Kooperation mit dem US-Juwelier Reeds hergestellte 23-karätige goldene Uhr inklusive einem Krokodil-Lederarmband mit Spangenverschluss, welches allein schon einen Wert von 195 Dollar hat. Technisch gesehen ist die auf 500 Stück limitierte Smartwatch identisch mit der LG Watch Urban. Am Dienstag vergangene Woche machte es nun Google offiziell, was bereits schon zum MWC 2015 in Barcelona vermutet wurde. Das mobile Betriebssystem Android Wear ist ab sofort auch mit Apple iOS ab der Version 8.2 und höher kompatibel. Somit erweitert sich das Angebot von Smartwatches für Nutzer eines iPhone 5, 5C, 5S, 6, 6 Plus und natürlich das am 9. September erwartete iPhone 6S und 6S Plus um ein breites Angebot an Android Wear Smartwatches wie der Moto 360, Asus Zen Watch, LG Watch Urban, der Huawei Watch und viele weitere Modelle. Die entsprechende Android Wear App steht ab sofort kostenlos im Apple iTunes zum Download bereit. In der Nacht von Dienstag zu Mittwoch präsentierte Google nach und nach auch hierzulande sein neues Logo. Die letzte große Überarbeitung des Google Logos fand im Jahr 1999 statt und genoss 2010 als auch 2013 minimale und nur für das geschulte Auge leichte Veränderungen. Die alten Serifen der ursprünglichen Schriftart wurden auf kleinen Smartphone Displays kaum erkannt. Nicht nur das Logo bei der Google Suche wurde geändert, sondern auch die Icons und Logos unserer anderen tagtäglich genutzten Werkzeuge wie Google Plus, Hangouts, Google Kalender, Maps und Gmail wurden entsprechend angepasst. Auf der noch bis zum 9. September geöffneten IFA 2015 in Berlin wurden viele neue Android-Smartphones und Tablets präsentiert, über die wir in unserer Android-News diese Woche gar nicht alle berichten können. In einigen dieser Geräte hatte man im Vorfeld die Hoffnung, dass sich die neue Snapdragon 820 CPU aus dem Hause Qualcomm befinden würde. Das kalifornische Unternehmen gab nämlich vergangene Woche bekannt, dass der kommende Snapdragon 820 Prozessor mit einer Smart Protect-Technologie ausgestattet sein wird, die dazu in der Lage ist, Malwert zu erkennen und eine Deinstallation dieser anzubieten. Als Beispiel nannte das Unternehmen infizierte und kostenlose Taschenlampenanwendungen, die von Hause aus Berechtigungen forderten, wie beispielsweise das Erstellen von Fotos. Smart Protect warnt dann rechtzeitig bei einer möglichen Übertragung von Fotos auf fremde Server. Ob die Hersteller die in der CPU-integierten Funktion übernehmen, liegt allerdings in deren eigenen Ermessen. Während die IFA mehr oder weniger alle neuen Android-Smartphones für dieses Jahr präsentiert hat, gibt es noch ein Next Big Thing. Das Google Nexus Entwickler-Smartphone oder besser gesagt die beiden Smartphones. Denn zu dem Nexus-Smartphone von LG, welches bis dato mit Google Nexus 5 2015 tituliert wurde, gibt es nun gerüchteweise einen finalen Namen. So berichten zuverlässige Quellen, dass man am 29. September in Mountain View das Google Nexus 5X vorstellen würde. Zudem auch ein Preis von 400 US-Dollar für eine 16 GB Version und 449 US-Dollar für eine 32 GB Variante bekannt ist. Bei dem aktuellen Dollar-Kurs würde das eine unverbindliche Preisempfehlung von 359 bzw. 399 Euro ergeben. Ein Preis, der doch wesentlich sympathischer ist als das 599 Euro teure Nexus 6 vom vergangenen Jahr. Weitere Sendungen wie Android für Anfänger, Tipps & Tricks, Android Talk oder First Touch & View findet ihr auf unserem YouTube-Kanal und auf unserem Blog unter go2android.tv. Die nächste Android Weekly News gibt es, wenn Sie mögen, am kommenden Sonntag um 12 Uhr. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Woche und verpassen Sie nicht unsere Verlinkungen wie die letzte Folge von Android Weekly News oder unser erstes Hands-On-Video des Huawei Made as Smartphone live von der IFA 2015.